Vor dem Video wollte ich noch einmal sagen, dass das jetzt alles mit den Designs und alles nicht so wirklich gut geklappt hat und auch nicht mit den Intros. Aber ich habe es hier doch jetzt auch nicht so vor, da wirklich eine Platzierung oder ähnliches dorthin zu machen, sondern ich werde jetzt einfach in die Kommentare immer schreiben, Hashtag 1, Hashtag 2, Hashtag 3, Hashtag 4, Hashtag 5. Und das sind dann natürlich die verschiedenen Clips. Und wenn ihr Hashtag 1 am besten findet, dann liked ihr diesen Kommentar hoch. Wenn ihr Hashtag 2 am besten findet, dann diesen Kommentar hoch. Und dann sieht man ja am Ende, welcher Kommentar die meisten Likes hat und welchen Clip ihr damit am besten fandet. Und ich werde das jetzt nach einer Zeit auch so machen, dass man da irgendwie welche Gewinne macht, wie zum Beispiel ein Preisgeld oder ähnliches, damit man auch so eine größere Motivation hat, wirklich diese Clips dort zu machen und dort einzuschicken. Ich möchte mich trotzdem erstmal an allen die Leute bedanken, die es jetzt in einer Woche noch geschafft haben, einen Clip einzuschicken. Es ist erst die erste Woche, deswegen rechne ich jetzt nicht mit irgendwie extrem krassen Clips. Aber ich will im Vorhinein nochmal sagen, dass am besten Replay-Clips oder sowas nicht so gern genommen werden. Und wenn, dann macht bitte keine Zeitlupe, während ihr das Replay aufnimmt oder sowas rein. Denn das ist echt ein bisschen nervig. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Am besten halt keine Replay-Clips. Es sollte schon mit einer angenehmen Qualität sein. Am besten halt immer noch mit Stimme, dass man eine Live-Reaction drauf hat. Und am besten halt auch auf Gomme. Das wäre noch so ein kleiner Vorteil. Und ja, trotzdem erstmal viel Spaß jetzt mit den Clips. Und ja, hier ist jetzt erstmal der erste Clip. Und wer wirklich jetzt noch irgendwie Designs macht oder so und wirklich Erfahrung an dem Thema Thumbnails etc. hat, da könnte ich mich einmal am besten auf Twitter anschreiben. Twitter.com ist gleich, ich wärme es, Hashtag Eigenwerbung. Und das, weil ich hätte jetzt wirklich echt noch keinen Designer, weil der, der das eigentlich machen sollte, konnte dann am Ende doch nicht. Und jetzt habe ich noch keinen Designer, der jetzt das Top 5 Clips of the Week Thumbnail macht. Ich kann euch schon mal versprechen, das wird nicht immer vor dem Video so viel gelabert. Das ist jetzt nur wegen der ersten Folge, weil ich da so ein bisschen so ein paar Themen klarstellen will. Wie gesagt, wenn es irgendeinen Designer gibt oder so, der das Top 5 Clips of the Week Thumbnail machen könnte, am besten auf Twitter anschreiben. Twitter.com ist gleich, ich wärme es. Sonst muss ich mich da halt mit irgendwelchen anderen Personen noch in Kontakt setzen. So, ich lasse euch jetzt erstmal das ganze Video mit Reaction von den Ablaufen. Es ist auf jeden Fall einfach eine, wo zwei Leute killt. Aber es geht dann auch noch um die, danach, darauf folgende Szene. Dort gibt ihr einen ganz nice Air-Hit. Und das Ganze ist, zum Glück auch mit Reaction, die Leute, die das aufnehmen, sind vielleicht noch ein bisschen jünger. Also hate da bitte nicht irgendwie deswegen. Und ja, ich habe deine Videobeschreibung gelesen und danke auf jeden Fall dafür. Ich brauche jetzt einen Conta, oder? Da sind zwei. Einer voll IQ. Warte, ich habe eine Geräte. Junge. Ich kann nicht callen, wenn ein Dings kommt. Ja, ich call, ich call. Drei Leute oben. Warte, Achtung. Ich bin oben auf dem Dings. Ein, 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 ein. Ja, der heckt. Einer down. Below. Down. Junge. Das ist auf einem halben Herz, Junge. Wir haben es aber auch richtig gut gemacht. MLG, Achtung. MLG. Oh mein Gott. Scheiße. Junge. So, der zweite Clip ist eine ganz nice EP. Ich werde jetzt nicht zu viel spoilern, aber bedenkt übrigens, dass diese Reihenfolge überhaupt nichts damit zu tun hat, wie gut dieser Clip ist, sondern dass diese Reihenfolge zufällig ist, weil dieser Clip zuerst kommt. Und ihr in den Kommentaren mit einem Like auf dem jeweiligen Kommentar abstimmen sollt, welcher Clip am besten ist. Das ist ein, 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 ein. Eigentlich soll dieses ganze Format nur auf... komisch spielen. Jedoch, da es jetzt eh die erste Folge ist und ich noch nichts genaueres dazu gesagt habe, werde ich diesen Clip von Rehvi auch mal reinnehmen. Es ist einfach eine EP in einem ESL-Match auf Rehvi. Ach ja, und by the way sind diese Anmerkungen nicht von mir, sondern die sind halt in seinem Video schon drin und die kann ich jetzt leider auch nicht mehr rausnehmen. Also am besten solche Anmerkungen oder sowas. Einfach, die müssen nicht sein. Also diese ganzen kleinen Textaufplopper im Video. Und Blöcke. Und Blöcke. Und Blöcke. Komm bitte kommt die, bitte kommt die. Doch, ich hab den Base-Safe geklatscht. Ich hab die in den Base-Safe geworfen. Ja, ich werd' gefickt. Nein. Ich komm halt nicht aus dem Base-Safe rein, wenn du kannst. Nice. Gibt's noch wen? Komm. Chill. Die sind so bad. Nice, Digga. Das war ein Ace, Digga. So, und der vierte Clip ist in einem FCW leider, da es aber insgesamt erst 20 Einsendungen war, wovon sehr viele einfach nicht verwertbar waren, wovon auch drei, vier Troll-Sachen da drin waren. Deswegen ist es jetzt nochmal so ein FCW-Clip. Ich würde euch darum bitten, am besten keine FCW-Clips zu schicken, denn es soll eigentlich nur um den Spielmodus die CWBW gehen und nicht FCWBW. Aber, da es jetzt eh erst die erste Woche ist und ich noch nichts Größeres darüber gesagt habe, wird dieser Club auch drin sein. Ist ein ganz nice Slide-Hermelgy und was danach passiert, seht ihr jetzt. Come and fly away with me. 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 So, und beim fünften Clip war ich am Anfang etwas verwundert, da ich dort das Datum gesehen habe, und zwar war das, glaube ich, der achte, neunte. Und dort hat er mit der Labelmod Version 2.8.03 gespielt. Jedoch, wie man jetzt im späteren Verlauf sieht, spielt er anscheinend mit dem Partikelmod. Und ich glaube, für den Partikelmod musste man irgendwie den Updater löschen. Und da brauchte man irgendwie eine gewisse Version. Keine Ahnung, auf jeden Fall glaube ich zumindest, dass es nur wegen dem Partikelmod diese Version ist. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung dazu reinschreiben. Also ich glaube zumindest, dass es alles legend ist. Oh mein Gott, du musst instant runter, diese beide da drin, du hast die. Brauchst du mal einen Web aufs Anti-Sapp? Brauchst du mal ein Web? Ja, das wird eh weggespringt. Du musst instant runter, nein, nicht unter. Instant runter, man. Mach mal, mach mal. Komm schön, Max, schön. Oh mein Gott, Max. Schön, Max. Max, komm, komm, check, check. Schön, Max. Gedeaunt, gedeaunt im Fall. Alter, meine Fresse, alter. So, das war's jetzt erstmal mit der ersten Folge. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie man das mit dem Voting-System vielleicht noch ein bisschen verbessern kann. Denn, dass man da jedes Mal die Kommentare hochlikt, ist auch nicht so nice. Aber ich will jetzt auch nicht irgendein extra Formulav machen jedes Mal, dass man da immer noch auf eine extra Seite geleitet werden muss, wo man dann dort abstimmt. Schreibt mir am besten in die Kommentare, wie man so eine Abstimmung machen kann. Denn ich glaube, bei der YouTube-Abstimmung kann man maximal drei Sachen zur Auswahl haben. Und deswegen frage ich mich da noch so ein bisschen, wie man das dann machen kann. Das war auf jeden Fall die erste Folge. Ja.